heute was geht ab mit dem zweiten video heute wieder eine kleine info und zwar habe ich mir jetzt twitter gemacht ein paar von euch wollten dass ich das mache habe es bisher nie gemacht weil persönlich habe ich soll auch nicht verwendet aber jetzt musste ich machen und zwar weil letztens ein paar glücks nicht paar glück sei also ich war in der u-bahn richtung parsing dachte mir okay ich brauche ein bisschen weniger als eine halbe stunde zündlichen glück sei und machen entwicklungen bis dahin in der fahrt problem ist in der u-bahn hat man nicht immer gps und ich hatte kein gps habe glück sei gezündet und was passiert ich habe das glück sei verloren aber es war nicht aktiv habe ich natürlich nicht aufgenommen und kann es euch nicht zeigen aber ich weiß nicht ob ihr das schon mal erlebt habe auf jeden fall habe ich das glück sei jetzt verloren das ist mir zweimal passiert jetzt also ich habe es gemacht und dann war ich mir nicht sicher ob ich wirklich auch glück sei gedrückt habe und da habe ich dann noch mal gemacht und dann hat gesehen es hat nicht funktioniert ich habe einmal entwickelt und geschaut ob es halt möglicherweise aktiv ist aber nur nicht angezeigt wird aber ich habe trotzdem nur 500 bekommen sprich ich habe zwei glück sei verloren weil ich die gezündet habe ob ich kein gps signal hatte ich wusste nicht dass es nicht geht und ich habe jetzt versucht anzuschreiben support das war der größte feld überhaupt support sagte richtig schlecht ich bin gar nicht zu diesem ticket teil gekommen wo man die direkt anschreiben kann also falls ihr wisst wie man die direkt anschreiben kann schickt mir bitte den link und auf reddit sollen die auch irgendwie unterwegs sein da habe ich auch überhaupt nichts gefunden also ich habe schon von merken von euch gehört dass ihr irgendwelche probleme habt und schwierigkeiten habt neidig zu kontaktieren und dann werde ich meistens gefragt bezüglich irgendwelche shadow bands oder verschiedene sachen und da kann ich euch meistens auch nicht helfen und jetzt brauche ich als selber hilfe ab zwei glück sei verloren und ich habe gehört über twitter sind die am leichtesten zu kontaktieren habe ich mir jetzt gemacht hat super saftig oder so oder herrscht super saftig keine ahnung wie das hier läuft und direkt nur angegeben was ich so mag und direkt an die mir ein paar vorschläge gemacht musste ich nur auf go drücken und jetzt folge ich den anscheinend bereits was okay ist matz hummels keine ahnung wieso ich dem folge pokémon go up ist okay trainer tipps ist es okay weiter mit sport werden auf jeden fall okay demnächst nächste woche bereits schon nächstes wochenende floyd man die mail wird das ist konner mcgregor richtig geiler kampf irgendwie markwort keine ahnung wer das ist konkrete ist okay pokémon go news ist okay die tour justice ist okay und das hat uns auf jeden fall echt komische sachen die mir die die mir vorgeschlagen haben die jahre die ist auf jeden fall okay auf jeden fall nientik war nicht dabei müssen wir jetzt dass meine entdeck suchen oder glaube nientik support oh yes 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 da ist es erst mal folgen hier folgen hier nochmal zurück zu nientik support nientik support genau so jetzt seht ihr glaube ich gleich wie ich meinen ersten tweet mache support account for all nientik products official account of nientik general supported support related news info ingress pokémon one more for one and one support submit a request nein nicht help center nein nicht help center das bringt überhaupt nichts so ok ok reversal follow auf jeden mystic 7 follow auf jeden wenn team nein die mag ich überhaupt nicht so twitter ich habe echt keine ahnung wie das geht das ist mein erster typ überhaupt genau etwa entdeckt perfekt hey heute heute hr ist der in einer �게 1 jörg 2 e 3 2 halt das 3 4 I lost the egg. Please help. Das kann nicht groß schreiben. Ne, ne, ganz groß. So. So, Tweet. Schauen wir mal, wann die antworten. Mein erster Tweet. Mein Gott. Ich bin minus 151. Habe ich so viel geschrieben? Oder wie geht das hier? Habe ich zu viele Buchstaben oder was? Oh mein Gott. Fail. Wie viele Buchstaben kann man haben? Oder Zeichen. Oh mein Gott. Alles umsonst geschrieben. XP. Jetzt. Jetzt. Mein erster Tweet. Oh mein Gott. Haben wir es geschafft. Wo ist mein... Wo finde ich hier mein Teil? Mein Profil. Connect. Ne, danke. Home. Wo ist mein Profil? Hier. Okay. Schauen wir mal, wann die antworten. Aber das war's. Ihr könnt mir auf Twitter folgen. Ab jetzt auch alles unten in der Beschreibung. Zu meinem Twitter Account. Für alle die das wollten, dass ich das eigentlich endlich. Könnt ihr mir folgen. Habe ich bisher echt nie verwendet. Aber wieso nicht? Kann man jetzt machen. Und wie gesagt. Beim letzten Video. Ich fahre jetzt nach Pausing. Und es wird dort live gestreamt. Weil heute halt nur zwei Infovideos kamen. Als kleine Entschädigung. Schott vorbei. Aber das war's. Wir haben einen Like, Subscribe, Kommentieren. Check die anderen wie es so ab. Check das 100. Nicht 100. Ich sag immer 100. Check das IV Battle gegen Julian ab. Hat richtig Spaß gemacht. Ansonsten sieht man sich vielleicht heute im Pausing. Morgen vielleicht nicht. Weil wegen der Scanner Tour. Die richtig saftig wird. Wenn alles glatt läuft. Aber das war's. Wir mal liken. Habe ich glaube ich schon gesagt. Folgt mir jetzt. Jetzt hat. Folgt mir auf Instagram, Facebook. Und ab heute auch Twitter. Vergesst nicht. Pokémon ist jetzt Business.